Ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2013. In der Legislatur war ich tätig im Gesundheitsausschuss, stellvertretend in Familie und im Auswärtigen Ausschuss. Darüber hinaus betreue ich natürlich im Wahlkreis alle Themen, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort betreffen, von Verkehr über Pflege bis hin zur Familienpolitik. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Europa und Menschenrechte. Wir alle merken, dass Europa von vielen Seiten stark herausgefordert wird. Wir brauchen aber mehr denn je ein starkes Europa. Ich persönlich möchte die Schwerpunkte setzen in dem Bereich einer stabilen Eurozone, einer starken Wirtschaftsgemeinschaft und auch die Themen Migration und Verteidigungsunion vorantreiben. Für mich ist Politik immer ganz konkret. Als Mutter von zwei kleinen Kindern ist mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie genauso wichtig wie die Frage, in welchem Deutschland, in welcher Welt, in welchem Europa unsere Kinder aufwachsen werden. Dabei ist es ganz entscheidend, Brücken zu bauen und für Lösungen zu sorgen.